Hallo zusammen, heute rechnen wir gemeinsam von der Abschlussberufung 2021 für Realschule in Baden-Württemberg vom Teil A1 der Aufgabe 7. Aufgabe 7 lautet, ordnen Sie jedem Kreisdiagramm die passende Aussage zu. Tragen Sie den Buchstaben in das Kästchen ein. A. Drei Viertel der Schülerinnen und Schüler kommen im Winter mit dem Bus zur Schule. Drei Viertel kennen wir von der Uhr, das ist das hier. Und erteilt in vier Teile, drei davon markiert, ist das also A. A. B. 15% der Schülerinnen und Schüler besuchen die Klassenstufe 10. Wenn wir es unterteilen, ist das 50%. Nochmal unterteilt sind das 25%. Das ist noch ein bisschen weniger, das sind 15%. Also ist das hier B. 200 von 300 Schülerinnen und Schüler haben Geschwister. 200 von 300 kann man schreiben als 200 Dreihundertstel. Jetzt können wir die Nullen wegkürzen. Es bleibt zwei Drittel übrig. Zwei Drittel ist etwa 66,7%. Wenn wir uns die beiden noch anschauen, das ist jeweils die Hälfte. 66% ist ein bisschen mehr als die Hälfte, also ist das hier C. Und 40% der Schülerinnen und Schüler fahren im Sommer mit dem Fahrrad zur Schule. 40% ist weniger als die Hälfte. Das ist in etwa hier, also ist das hier D. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.